In diesem Video befassen wir uns mit wichtigen Schaltflächen und Wissenswertem über das Klicken in Typo 3. In der Regel klicken Sie einmal mit der linken Maustaste, nur in Feldern können Sie auch Doppelklicks nutzen und speziell im Rich Text Editor zusätzlich die rechte Maustaste verwenden. Ein Klick mit der linken Maustaste auf das Symbol vor dem jeweiligen Text, zum Beispiel vor dem Seitennamen oder der Überschrift, bringt ein Kontextmenü. Ein Klick auf den Text hat dagegen eine andere Wirkung. Der Inhalt der betreffenden Seite, des Ordners oder die Datei selbst werden angezeigt. Schauen wir uns das am Beispiel an. Ein Klick auf Webseite zeigt die Seiten an. Hier klicke ich auf den Pfeil vor Aufnahmen, damit die Unterseiten sichtbar werden. Ein Klick auf das Datensatzsymbol vor Grundlagen bringt das Kontextmenü. Ein Klick auf den Textgrundlagen zeigt dagegen den Inhalt dieser Seite an. In der Arbeitsfläche gilt das Gleiche. Ein Klick auf das Datensatzsymbol bei Webseite mit Typo 3 CMS bringt das Kontextmenü. Beachten Sie, dass hier einige Symbole nur auftauchen, wenn Sie die Maus über die entsprechenden Elemente bewegen, die Sie bearbeiten möchten. Ein Klick auf den Text zeigt das Bearbeitungsformular an. Hier rolle ich ein Stück nach unten, um zu dem Feld Text, dem sogenannten Rich Text Editor, zu gelangen. Durch einen Doppelklick markiere ich ein Wort und kann dann über die rechte Maustaste das Kontextmenü aufrufen. Die eben verwendeten Datensatzsymbole sehen je nach Datensatzart wie Seite, Seiteninhalt, Backendbenutzer und ähnliches unterschiedlich aus. Sogar gewisse Einstellungen kann man am Symbol erkennen. Beispielsweise haben Verweis auf Seite und Verborgen andere Symbole als normale Seiten. Bei den Inhaltselementen sehen wir beispielsweise unterschiedliche Symbole bei Text und Bilder und Text. Alle Schaltflächen bieten Bezeichnungen oder inhaltliche Kurzinformationen, wenn Sie den Mauszeiger darüber verweilen lassen. Manche Felder haben ein eigenes Fragezeichen-Symbol, über das Sie für einen kurzen Hilfetext den Mauszeiger halten können, bei anderen erhalten Sie den Hilfetext direkt, wenn Sie den Mauszeiger kurz über der Beschriftung platzieren. Für eine ausführliche Hilfe klicken Sie auf den kurzen Hilfetext. Diese Hilfetexte bilden zusammen ein umfangreiches Handbuch, das Sie auch direkt über Hilfe Typo3-Handbuch aufrufen können. In manchen Ansichten können Sie über ein Auswahlfeld zusätzliche Einstellungen vornehmen. So können Sie oben im Seitenmodul wählen zwischen der Darstellung nach Spalten oder Schnelleingabe. Mit diesem Grundwissen werden Sie die verschiedenen Schaltflächen während der Arbeit schnell kennenlernen. Nur die Schaltflächen zum Speichern wollen wir hier einzeln vorstellen. Nach der Bearbeitung eines Datensatzes müssen Sie entscheiden, was mit Ihren Eingaben passieren und wie es weitergehen soll. Achtung! Typo3 speichert nicht automatisch und warnt auch nicht, wenn Sie das Formular verlassen, ohne zu speichern. Von links nach rechts haben Sie die Wahl zwischen Dokument schließen, schließt das Formular, ohne die aktuellen Eingaben oder Änderungen zu speichern. Dokument speichern speichert den aktuellen Stand, das ist zum Speichern zwischendurch geeignet. Dokument speichern und Webseite anzeigen speichert den aktuellen Stand und zeigt die betreffende Seite im Frontend an. Je nach Browser wird beim ersten Aufruf ein neuer Tab geöffnet. Bei jedem weiteren Speichern aktualisiert sich der bereits geöffnete Tab. Sie müssen also gegebenenfalls zum Ansehen selbst auf diesen Tab wechseln. Dokument speichern und schließen speichert den aktuellen Stand und schließt das Formular. Dokument speichern und Neues erstellen speichert den aktuellen Stand, schließt das Formular und öffnet ein neues, leeres Formular. Entfernen löscht den aktuellen Datensatz. Die þeis Vielen Dank.